Hallo Leute, ich bin der Gankiller und scherz aus Scherz, willkommen zu einem neuen Video. Ein kleines Update-Video, ich weiß, es kamen wieder lange keine Videos, aber das liegt daran, dass mein Bruder zu Hause war und ich muss das halt immer wieder erzählen. Ich muss mir halt, wie gesagt, immer noch, leider immer noch ein Zimmer mit meinem Bruder teilen, da der einfach nicht ausziehen will. Und ja, deswegen kann ich halt immer nur dann Videos machen, wenn er arbeiten ist. Der hatte jetzt irgendwie 3-4 Wochen lang Urlaub, beziehungsweise war dann arbeiten, weil nicht arbeiten war, deswegen konnte ich da halt auch keine Videos aufnehmen. Und ja, ich möchte, wie wahrscheinlich in dem Titel und wie vorhin schon erwähnt, einfach mal ein kleines Update-Video machen. Und zwar spiele ich in letzter Zeit kein CSGO mehr, um genau zu sein, seit diesem Patch mit dem, dass man halt so schnell D-Rank rausgebracht haben. Ich habe das gespielt, bin zwei Ränge runtergegangen und das, ganz ehrlich, auch wenn jetzt viele sagen, ich habe schon ein paar Kollegen gehört, sei doch nicht so pussyhaft, aber das hat mir einfach den Spielspaß verdorben an dem Spiel. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, ich habe letztens nur mitbekommen, sie haben Handschuhe gepatcht irgendwie, dass sie jetzt anders aussehen, was mich gar nicht juckt. Dieses D-Rank-System, mir persönlich viele sagen, Global Elite-Spiele haben, sagen immer, ja, ist doch gut so, dann sind die ganzen Noobs von Global Elite weg. Aber ich war, sage ich mal, froh, MGE zu sein. Also diese Doppel-AK heißt das MGE, ich glaube schon, ich kenne nicht mal die ganzen Ränge, ich habe schon über einen Monat kein CSGO mehr gespielt. Und, ja, ich weiß nicht, das hat mir damals einfach den Spielspaß genommen. Ich habe auch Kollegen gehabt, die haben irgendwie neunmal gewonnen, haben einmal verloren und sind zwei Ränge runtergegangen. Die sind total einfach, haben sich alle aufgeregt. Ich hatte echt Kollegen von MGE oder LM, die sind jetzt Silber irgendwie, Silber Elite oder sowas. Und, ja, die sind halt alle, wie gesagt, downgewankt worden, aber ihr kennt das ganze System wahrscheinlich, bin mal gespannt, wer so den höchsten Downrank hatte von allen, so von Global Elite auf Silber 1. Dann habe ich aber auch wiederum Spieler gesehen, die, oder YouTuber gesehen, die waren, ich weiß nicht, wie das heißt, Supreme oder wie das heißt, 1-4-Global, haben das Match gewonnen und am Ende sieht man, die haben gegen fünf Silber-Spieler gespielt. Also Full Team Silber und die hatten Full Team Supreme gehabt. Dann dachte ich mir, was ist denn das für ein Matchmaking-System? Und dann wurde der halt in dem Match auch noch hochgebrannt auf Global Elite. Jetzt freuen man sich wenigstens einige, wenn sie Global Elite werden. Ist auch halt immer schwieriger. Aber wenn man halt, so wie wir damals, wir hatten von den zwei Spielen, die ich verloren habe, oder drei Spiele habe ich, glaube ich, verloren und hatten wir halt einmal einen Hacker drin gehabt und das hat mich dann auch aufgeregt, dass man wegen sowas halt downgewankt wird. Und, ja, das ist auch ein Grund, warum ich letzte Zeit keine Videos gemacht habe, weil ich einfach keinen CSGO mehr spiele. Ich habe mir ja halt überlegt, noch zusätzlich, also eine Serie irgendwie rauszubringen, die ich wöchentlich bringen kann. Sowas wie Overwatch wäre natürlich perfekt. Geht ungefähr 10 bis 15 Minuten. Kann man auch ein paar Hacker entfernen. Tut man auch noch was Gutes halt für die Community. Aber ich habe es halt nicht freigeschaltet und werde es wahrscheinlich auch in nächster Zeit nicht freischalten, da ich ja, wie gesagt, nicht CSGO zocke zurzeit. Aber ich habe mir halt überlegt, euch eventuell ein paar Fragen zu stellen. Ich habe ein paar YouTube-Kanäle gesehen, die Pro-Matches kommentieren. Das heißt, ihr kennt das wahrscheinlich, wenn ihr irgendwie 99 Damage oder was weiß ich guckt, ESL, ESL war auch Dreamhack, die habe ich auch gar nicht geguckt. Denn, keine Ahnung, wenn ich CSGO nicht selber spiele, dann interessiert mich das irgendwie zurzeit nicht. Ich muss halt die Spiele selber gerade aktiv spielen. Wenn interessieren die mich auch, dann gucke ich auch Videos dazu. Und habe ich mir eventuell überlegt, halt ein paar Pro-Matches zu kommentieren, je nachdem, also vielleicht keine ganzen, sondern ein paar die besten Szenen rauszuzeigen, rauszuschneiden und die zu kommentieren. Und meinetwegen auch die ganzen Matches, dann suche ich mir halt, gucke ich mir das Match an, suche mir den raus aus dem Gewinnerteam, sag ich mal, der Erste wurde oder die meisten Kills hatte. Ich kann auch immer wieder rüberseppen. Und würde das dann halt für euch kommentieren, ob das halt von euch gewünscht ist. Oder habe ich mir auch überlegt, ein paar Leute haben sich ja Taktiken von mir gewünscht. Muss ich mal gucken. Ich weiß nicht, die Kollegen, mit denen ich sonst immer zocke, die zocken jetzt auch immer für sich, da ich ja halt, wie gesagt, kein CS zocke. Deswegen ist das auch mit den Taktiken zeigen, weil die wollen halt keine Taktiken üben, die wollen halt immer zocken, zocken, zocken. Und ja, deswegen muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie mache. Ob ich also, wie gesagt, ein paar Taktiken zeige oder ob ich halt ein paar Pro-Taktiken zeige. Das heißt, wir suchen uns irgendein Spiel auf irgendeiner Map, sagen wir mal, was weiß ich, Nip gegen Phanatic auf Mirage. Und dann zeige ich euch irgendeine Wand von Nip zum Beispiel, also eine Smoke-Wand von Nip. Wie die das halt ausgespielt haben, wer seine Smoke wohin geworfen hat. Und das werde ich euch dann zeigen und versuchen zu erklären, ob ihr das halt auch sehen wollt. Und zum Schluss möchte ich noch erzählen, ich habe mir überlegt, eventuell ein paar Tutorials über Granaten zu machen. Also jetzt keine Smoke- oder Flechtgranaten, sondern wie man Granaten benutzt. Ich mag jetzt zwar Plumpgrilling, ich weiß, wie man Granaten benutzt, wird der eine oder andere oder alle von euch denken. Aber ich habe mir da schon was überlegt. Und das wird eventuell jetzt irgendwann die Tage kommen. Ich muss mal gucken, dass ich jetzt aktiver werde. Aber ja, wie gesagt, ich zocke halt ziemlich viel FIFA. Habe ich gezockt, habe ich wieder mit Rust angefangen. Und ja, ich will davon eigentlich keine Videos machen, da ich ja meinen Kanal halt in CSGO-Richtung lenken will. Und ja, das war es eigentlich so als kleines Update-Video mal wieder ein Lebenszeichen von mir. Ich glaube, es ist wieder fast über einen Monat vergangen seit meinem letzten Video. Aber wie gesagt, ich kann einfach nichts dafür, solange ich halt noch bei Mami und Papi wohne. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wäre nett, wenn mir einen Kommentar hinterlassen könnt, was ihr gerne sehen wollt. Und dann bedanke ich mich recht, obwohl mir fällt gerade so ein, wird aber wahrscheinlich eh keiner von euch machen, würde ich auch nicht machen. Wenn Leute von euch, sagt schon, einen Account übrig haben, der Overwatch hat, wenn ihr mir die Daten geben könntet, dank Steam Guard seid ihr sowieso geschützt, dass ich euch keine Sachen klauen kann, wird es eigentlich auch nicht schlecht, wenn das jemand machen würde, also nur wenn ihr das natürlich wollt. So, dass ich halt einen Account habe, auf den ich mich immer einloggen kann und dann overwatchen kann. Hätte auch den Vorteil für euch, ihr würdet dann, wenn ich es richtig gemacht habe, auch ein paar XP jedes Mal bekommen, wenn ich richtig geoverwatcht habe. Und ja, das war es, glaube ich, auch soweit. Eine Sache noch, eventuell, ich wurde von ein paar Leuten angeschrieben, die wollten mich halt, also ein paar Zuschauer, die wollten mich halt supporten. Wobei ich mir gedacht habe, so einen kleinen Kanal wollen die supporten. Aber die haben gesagt, ja, mir gefallen halt deine Videos, die du machst. Und ja, ich bin jetzt keiner, der jetzt irgendwie Geld von Zuschauern, also jetzt echt Geld irgendwie von Zuschauern nehmen will. Von daher habe ich mir überlegt, beziehungsweise haben sie halt selber angeboten, mir Kisten zu spenden. Ich weiß nicht, wie viele euch diesen, ich sage mal in Anführungszeichen, Kistentrick kennen, den habe ich jetzt selbst von Trilux, der ist auch ein YouTuber, den kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Der macht das halt so, der hat einen Account, da packt er sich tausend Kisten drauf, weil man kann halt nur tausend CSGO-Items haben auf einen Account. Da kauft er sich für tausend, ja, also tausend Kisten kauft er sich, jeweils für drei Cent, das sind irgendwie 30 Euro. Und dann wartet er ungefähr ein, zwei Jahre, bis die Kisten irgendwie so auf 13 Cent oder so gestiegen sind, dann verkauft er die. Hat er mal gezeigt, hat er irgendwie 400 Euro Gewinn gemacht, hat er sich so einen Bayonet M9 irgendwas geholt. Oder wenn ihr noch länger wartet, werden die dann irgendwie so 43 Cent wert und dann habt ihr halt gut Profit gemacht. Wenn ihr ganz lange wartet, so wie bei den Bravo-Kisten, die waren letztens, als ich geguckt habe, das ist auch wieder, glaube ich, ein Monat her oder so, waren die bei sieben Euro. Und wenn ihr die für drei Euro damals gekauft habt, na gut, das sind jetzt wahrscheinlich fünf Jahre oder so, die ihr dann warten müsst. Aber immerhin, von drei Cent auf sieben Euro und das dann mal tausend, habt ihr wahrscheinlich gut Gewinn gemacht. Ist natürlich nicht garantiert, dass die auf sieben Euro steigen wird. Also, dass die Preise auf sieben Euro steigen werden. Aber die Kisten, die werden in der Regel, weil sie ja irgendwann nicht mehr gedroppt werden, dann werden sie halt seltener und ist ja ein normaler Marktverlauf. Ja, wieder genug gelabert. Ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich fürs Zuhören und ich hoffe mal, ich konnte euch so ein bisschen Einblick bringen. Ciao. Ciao. Ciao.